Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD in der letzten Folge haben wir versucht dieses Quellwasser Rätsel mit den Koronen zu lösen und da ich quasi alles falsch gemacht habe habe ich jetzt gedacht ich mache das nochmal richtig ohne das irgendwie an der letzten Folge hin anzuschneiden denn es gibt ja vielleicht ein paar die das auch gerne wissen wollen wie es wirklich funktioniert also was in der letzten Folge war sorry das war völlig dumm das war genau der Gedankenfehler den ich damals gemacht habe ich habe jetzt nachgeschaut wie es funktioniert und das ganze beginnt hier bei diesem Tübi du hast dir das für die Sammlung gegeben oder ich merke aber mein Junge kommt gar nicht aus Hyrule Stadt zurück obwohl doch die Brücke jetzt repariert ist also dieser Junge der steckt jetzt bestimmt am östlichen Tor in irgendwelchen Schwierigkeiten wenn doch nur einer den Jungen mit Quellwasser übergießen würde damit er wieder zu Kräften kommt was meinst du wirst du es tun ja im Prinzip ist es so zuerst sagt der Typ dass man mit dem anderen kleinen Koronen reden muss mit dem ich in der Stadt schon geredet habe wirklich na gut ich zähle auf dich Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser du solltest dich also besser beeilen man muss also immer mit diesem Tübi den Quest beginnen dann geht man nach Hyrule zu dem kleinen Minigron Baby da spricht mit dem oh Gott und dann muss man den hier nochmal ansprechen das macht man dann ebenfalls und dann bekommt man dieses Fass hier und das wiederum bringt man zur Brücke geh weg was soll denn die Scheiße das hält mich das hält mich aufgehalten oh du blödes Ding meine Fresse okay dann würde ich jetzt sagen einfach nochmal zurück ich weiß nicht so recht was ich da jetzt falsch gemacht habe aber wahrscheinlich wäre es sinnvoll das Ding abzustellen und dann kann ich einfach an dem Tübi vorbei ne das glaube ich fast nicht oder wir gehen nochmal zurück nach Kakariko und versuchen dort nochmal so ein neues Fass zu bekommen ich schätze mal das kann ich jetzt ich fände es ja cool wenn das jetzt so gewesen wäre dass ich verkackt habe dass ich automatisch zurückgeportet werde und den Quest wiederholen kann denn so ist es doch ein bisschen nervig dann jedes mal zurück zu porten aber naja gut das werde ich jetzt auf jeden Fall lösen wie gesagt also man muss erst mit dem Typ reden mit dem ich gerade gesprochen habe das habe ich aber irgendwann schon mal gemacht in einer Aufnahme auf jeden Fall dann habe ich mit dem mit dem kleinen Geron gesprochen der irgendwie gesagt hat das war glaube ich sogar in der letzten Folge wo ich rangerollt bin aus Versehen dass ich das für ihn das sein irgendwie das für seinen Vater das mit dem Wasser machen muss und so und jetzt müssen wir mit dem hier reden das mache ich das ganze nochmal so ich fange jetzt einfach an das so nochmal okay so und die Flasche die wir vorher hatten um den da zu übergießen das war natürlich nicht annähernd genug man braucht schon so ein ganzes Fass hier jetzt ist die Frage kann ich das abstellen ja okay also wenn jetzt noch mal so ein Teil kommt stelle ich das am besten ab weil sonst werde ich ja hierzu gar nichts kommen so ist ja noch so ein Vogel nee du blöde scheiß Vieh was soll denn das okay die Vögel sollte ich am besten in Ruhe lassen so ein so ein scheiß Quest ja denkst du dich denn so eine scheiße aus jetzt mal ohne Mist du kannst es kaum erkennen wie das Vieh läuft ich muss jetzt echt zusehen dass ich mich da ich kann auch nicht abstellen jedes mal dann fährt das Vieh an das an das Vers dran und das ist wieder kaputt das heißt ich müsste einfach durch rennen und das war so schnell es geht und zwar so weit den Abstand halten zu dem Ding wie nur möglich komischerweise kommen diese Teile sonst nie da also die kommen jetzt nur weil man diesen scheiß Quest macht und damit es schön nervig ist damit man richtig schön gut bekommt und diese Scheiße auch nie wieder machen will was ich jetzt hier schon mal verspreche ich werde das nie wieder machen diesen Quest so habe ich dir sowas von fest ja ja ich mache das noch mal ja ja Quellwasser musst du schnell bringen bla 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 ich weiß so ich renne jetzt noch mal los und schauen wir mal ob das jetzt funktioniert das wäre eigentlich nicht schlecht wenn das mal klappt ich muss nach da übrigens da ist wieder eins da ist wieder eins Abstand halten du blödes Ding ja jetzt wo ich kein Wasser mehr in der Hand hat interessiert es sich nicht mehr dass ich hier lang laufe oder was diesmal ist es gar nicht kaputt gegangen nicht schlecht das ist aber schon ein bisschen doof gemacht ne guck mal wie das meine Bewegung imitiert geh weg du scheiß Vieh geh weg ja jetzt kommt noch einer wollt ihr mich alle verarschen sag mal habt ihr nichts besseres zu tun verbisst euch ihr scheiß Vieh das ist doch der absolute Abfuck hier pass auf es kommt gleich wieder so ein Ding aus dem Boden am besten dann kurz vorm Ziel und ich werde dann verrecken oder über das Fass wird dran verrecken ihr wollt mich doch verarschen zwei ich sehe nichts du Mistvogel ah ich könnte ausrasten was soll denn diese Scheiße jetzt mal ohne Mist wie soll man das machen das ist doch wohl ein Witz oder das Problem ist ich kann das Fass nicht abstellen wenn ich das abstelle wird das genauso von den Teilen kaputt gemacht ach und nochmal zurück ja sorry dass ich gerade ein bisschen geschrien habe aber das war ihr versteht das mit Sicherheit wer das schon mal gemacht hat so was solche Quests die einfach dumm und nervig sind dann der wird ganz sicher verstehen dass mich sowas auf die Palme bringt okay Versuch Nummer 23 wieder mal wieder mal so zu Menschen werden ich weiß doch nicht warum man das nicht einfach resettet dann das ist doch total bescheuert ha kann der mir jetzt mal einen Tipp geben irgendwie dass ich das hier schaffe ich lese mal kurz durch ich lese nicht vor ja ja okay ne das sagt mir leider gar nichts okay ja ich sollte mich also beeilen wie wäre es denn wenn ne sorry da fehlen mir da fehlen mir leider die Worte denn ich weiß nicht was ich machen soll um das zu vermeiden so ich könnte als erstes mal diesen Mistvogel da oben weg schießen klappt doch schon wieder nicht ich sehe es ja schon okay da drüben ist der Eingang ich geh jetzt mal so ein bisschen hier lang geh weg Alter diese Dinger ey verpiss dich los verpiss dich jetzt sag mal kann es eines die genau meine Kontrollereingaben imitieren ist das möglich bin mir nicht ganz sicher so scheinbar im Wasser ist das Ding recht sicher allerdings es nützt mir nichts ich komme jetzt sowieso gleich wieder an die Stelle hier vorne wo zwei kommen und dann werde ich hier mal nicht verrecken also ich werde nicht verrecken aber das Wasser wird zerstört das Fass wird zerstört mit dem Wasser ja jetzt ist es wieder soweit okay Piss dich komm schon irgendjemand schießt hier noch auf mich er hat keine Reichweite alles klar jetzt kommt noch so ein Ding noch mal zwei das ist doch scheiße wow es ist sowas von sowas von nicht möglich das ans Ziel zu bringen ich versuche es jetzt so dass ich jedes Mal abstelle wenn ich es irgendwie hinbekomme ne und dann diese Teile dazu machen alter das ist doch nicht normal was soll denn das wie viele von diesen Viechern kommt denn da bitte das ist doch bescheuert vor allem kommt die irgendwie nur wenn ich das Fass habe sonst habe ich solche Teile noch nie gesehen naja ok dann noch einmal weil es so schön war hach lasst mir doch mal ein Like da damit ihr mit mir damit ich weiß dass ihr mit mir mitfühlt meine Güte bitte bitte ich bin so traurig warum machen die sowas das ist doch gemein ich weiß doch nicht was mir der Quest bringt nur mal so am Rande ne also ja ich machs ich habe keine Ahnung also ne ich weiß nicht was ich für eine Belohnung bekomme dafür wahrscheinlich was was ich nicht brauche das wäre richtig geil das würde der ganze Sache noch ein bisschen die Krone aufsetzen quasi also ich glaube wenn ich in diesem Wasser da bin also abstellen scheint ganz gut zu funktionieren ich muss nur schnell genug sein so wie es aussieht sofort abstellen sobald die Teile da sind und dann abballern so jetzt kann ich den wenigstens auch mal platt machen das ist sehr gut und noch einmal da ist doch schon wieder eins das ist doch bescheuert so schnell ins Wasser rennen jetzt ich sehe nichts du Mistvogel ja tatsächlich das Quell ihr wollt mich doch verarschen oder? ihr wollt mich doch verarschen das Quellwasser ist kalt geworden weil ich es ins ins Wasser gestellt habe oder was tja ich bin überfragt ich weiß nicht wie ich das machen soll das ist doch scheiße das ist doch ein kack dieser Quest das ist doch normal ich könnte ausrasten bei sowas ohne scheiß ähm folgendes ich probiere das jetzt bis ich es schaffe und werde alle weiteren Versuche die nicht funktionieren rausschneiden wundert euch nicht wenn es dann mal ein bisschen komisch aussieht was ist denn das jetzt? Monster nicht zu weg von hier yeah achso das war ja weil ich als als Wolf hier rumrenne ok ja gut das war jetzt ein kleiner Fehler meinerseits spielt aber keine Rolle jetzt sind die alle weg oder was? hallo? ernsthaft? hä? wo ist denn der Typ? wo ist denn der Typ der mir das Wasser gibt? ja wie gesagt ne also das wird jetzt ich geh nochmal raus vielleicht ist er wieder da wahrscheinlich sind die gerade weggerannt weil da ein Notruf kam und so weil ich ja als Monster hier rumgerannt bin ja das ist bin halt auch mal ein bisschen abwesend also wie gesagt wo ist denn der Typ jetzt? ja der ist wieder da also wie gesagt ich mach das jetzt hier an der Stelle wird es dann einen Cut geben falls ich noch ewig viele Versuche brauche und werde dann einfach zu dem richtigen äh schneiden ne skippen damit ihr das nicht jeder mal sehen müsst ok also dann bis gleich jo willkommen zurück da bin ich wieder mit vermutlich des Rätsels Lösung Versuch Nummer 9 und ich habe gerade im achten Versuch nachdem ich in den anderen sieben Versuchen immer hier quer durchgegangen bin habe ich gemerkt dass ich vielleicht mal am Rand lang gehen sollte habe das gemacht wurde auch nicht vor diesem Kreisel angegriffen ich habe auch meine ganzen Pfeile verballert bei den ersten Versuchen habe es mit dem Greifhagen versucht habe alles mögliche versucht abstellen wegrennen ausweichen zwischendurch hatte ich dann teilweise 5 von diesen Dinger am Arsch die mir ja so sehr quasi das Leben zur Hölle gemacht haben dass ich keine Chance hatte da auszuweichen also bei 5 Teilen ne es waren 2 da sind nochmal 3 gespawnt ich bin gerade beim vorherigen Versuch am Rand hier entlang gegangen man sieht es ja schon das ist ganz friedlich hier und habe gemerkt dass es ganz gut klappt bin dann aber versehentlich kurz vorm Ziel auf die A-Taste gekommen und habe das Fass weggeschmissen und kaputt gemacht ich habe mich ein bisschen geärgert ich wollte nur die Sicht drehen so wie ich jetzt gerade hier naja wie gerade eben hier und jo das scheint tatsächlich zu funktionieren ich muss jetzt eigentlich nur noch zur Brücke und hoffen wir mal dass da nichts mehr passiert anscheinend haben die Teile Angst vor dem Klippen und boah auf so eine Idee muss man erstmal kommen warum sollten die nicht hier lang rasen wenn die doch sonst mal mehr auf die Nerven gehen naja gut dann gehen wir jetzt zu dem Gronen wir hauen ihm das Fass ins Gesicht hast du etwa Quellwasser aus Kakariko? wenn du mich damit übergießt komme ich vielleicht wieder zu Kräften und BAM ins Gesicht und er freut sich auch noch ok super jetzt geht es mir wieder gut der Duft die angenehme Wärme und das Gefühl auf der Haut das muss aus meiner Heimat sein ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen wow der ist wirklich fit jetzt so und das heißt jetzt folgendes im in der Stadt und das möchte ich euch noch zeigen bevor ich jetzt hier irgendwie hallo darf ich weitermachen eventuell? ach ne der kommt wieder an ok wow der bringt so ein Fass hier her alles klar der macht das ein bisschen leichtfertiger als ich oder? oh ein Herzteil aha na gut dann hat sich die Mühe ja fast gelohnt jetzt können wir noch was anderes machen das ist das einzige was ich jetzt noch in der Folge mache du erhältst ein Herzteil wunderbar und das war ein neues Herz oder was? ne Moment ja doch tatsächlich nice Herz Nummer 14 ähm der sorgt jetzt dafür dass der Shop wieder eröffnet wird in der Stadt ich weiß nicht wie wir jetzt mit der Zeit sind ich habe jetzt ganz schön lange gemacht hier wie gesagt neue Versuche um das äh rauszufinden wie ich das lösen kann ähm ich werde jetzt euch noch kurz zeigen was ist man dann mit dem Quellwasser machen kann wo es das gibt und wow Epona hat mal eben den Typelblatt gemacht nicht schlecht und dann werde ich auch die Folge schon wieder beenden denn ja liegen wir jetzt alles ein bisschen auf den Sack ich bin grad etwas genervt ich werde jetzt auch keine weitere Folge aufnehmen obwohl ich eigentlich noch eine machen wollte aber naja ihr kennt das ja bestimmt manchmal klappt es einfach nicht und wenn man dann keinen richtigen Bock mehr hat dann sollte man es auch lassen so ich glaube im Süden müsste der andere kleine Gorone jetzt sein der jetzt das Wasser verkauft wenn mich nicht alles täuscht oder der ist irgendwo anders mal schauen wir finden den schon so irgendwo ist der ich glaube der ist so ein bisschen im Süden dann müssten wir jetzt nämlich das Quellwasser erstmal was wir noch haben das normale Wasser mittlerweile trinken dass die Flasche leer ist oder ausschütten oder was auch immer so schütz weg den Mist jo nice okay und zwar wo ist denn der kleine hier mein Papa geht es wieder gut endlich ist unser Laden wieder geöffnet hä so da ist er woho du bist ja der Junge von neulich oder dank deiner Hilfe können wir ja endlich wieder unseren Geschäften nachgehen für dich gibt es einen Sonderrabatt auf unser Quellwasser sind 20 Rubine für dich okay ja ich kaufe okay vielen Dank hier hast du schönes heißes Wasser du erhältst Quellwasser trinke ja okay gut dann darf ich jetzt schnellstens hier runter gehen ja ich habe ja letztens in der Folge zuvor einmal zu dem ersten Goren von dem wir gerade das Wasser gekauft haben den wir mit dem Wasser übergossen haben und zweitens zu diesem Goren hier unten an der Mauer Quellwasser gebracht mit einer Flasche aus der Quelle selber transportiert und das ist leider nicht gut genug so funktioniert das nicht nein ich musste diesen Quest so machen wie ich es euch gerade gezeigt habe ich weiß nicht was es bewirkt außer dass jetzt hier vielleicht diese diese Mauer geöffnet wird wenn ich dem das Wasser gebe schauen wir mal das Quellwasser müsste jetzt aber noch heiß sein du durftest nach Quellwasser wenn ich das trinken und wieder zu Kräften kommen würde könnte ich diesen Felsen schön beseitigen schon beseitigen egal wenn du hier durch willst würdest du mir vielleicht das Quellwasser geben ja bitte luk 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 dum 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 das war gut ja Bärenkräfte jawoll das gibt Kraft also dann ich werde mich gleich ans Werk machen komm später wieder er macht das ja ein auf Bohrer wie es aussieht ok dann haben wir den Quest jetzt erfüllt ich hoffe mal ihr seht mir nach dass ich jetzt wie auch immer wie weit wir auch immer sind die Folge beende denn das war alles ein bisschen ätzend ok also dann das soll es für heute gewesen sein in der nächsten Folge machen wir dann vermutlich den Quest mit den ganzen goldenen Insekten die mir noch fehlen und dann geht es wirklich weiter also dann wenn es euch gefallen hat bewertet und kommentiert das Video abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao ciao